Hört ihr das? Ist das nicht schön? So wird Ostern Samstagabend gefeiert in Ungarn. Unsere Nachbarn. Ich finde es so schön. Und es ist halt heute wieder ein wunderschöner Tag. Ein wunderschöner Tag gegen gestern. So zeige ich euch mal. Heute kann ich euch meine Pflänzchen zeigen. Die sind ja so schön geworden. Wenn wir schon dabei sind, schaut euch das mal an, wie die wachsen. Du Maden, du Maden, du Maden, du Maden. Und die wollen noch nicht. Blumenkohl. Ist auch schön. Gelber Paprika. Schwarze Tomaten. Ist das nicht schön? Und ich finde die Musik so schön. Und schaut euch mal diesen Sonnenschein an. Gegen gestern. Heute ist es halt wunderschön. Wir sitzen auch hier draußen. Trinken auch ein Bierchen, falls ihr das wissen wollt. Und lassen es uns gut gehen. So, das war mal so ein Kurzbericht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.